Er ist gerade erst ein paar Wochen alt und schon jetzt aus dem Leben von Miriam und Felix Neureuther nicht mehr wegzudenken. Söhnchen Leo erblickt Anfang Februar das Licht der Welt. Nicht nur die ehemaligen Wintersportler könnten über ihren Familienzuwachs kaum glücklicher sein, auch Mathilda beweist schon jetzt süße Schwesterqualitäten. Auf Instagram hält Miriam diesen niedlichen Geschwisterschnappschuss ihrer Kinder fest und witzelt, wenn Mathilda versucht, ihren Bruder zu füttern. Gut, dass sie noch nicht an ihn rankommt. Das würde die zweieinhalbjährige aber scheinbar nur zu gerne. Nicht mehr lange und die Tochter von Felix Neureuther überwindet auch diese vermeintliche Hürde. Doch bis dahin darf sich Baby Leo wahrscheinlich auch schon an festerem Essen probieren. In der Zwischenzeit übt sich Mathilda einfach weiterhin an ihrer neuen Rolle als große Schwester. Da kann sich Brüderchen Leo in Zukunft auf einiges gefasst machen.